Königin Camilla lobt wunderbares Krankenhaus für schwerkranke Kinder.Königin Camilla besuchte anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Krankenschwestern das NHS Royal London Hospital, wo sie Patienten und Pflegepersonal traf. Die Königin hat die Krankenschwestern von Rueda's Marvelous Children's Charity für die wunderbare Arbeit gelobt, die sie bei der Betreuung schwerkranke Kinder leisten. Camilla besuchte das NHS Royal London Hospital anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Krankenschwestern und war in bester Stimmung, als sie Mitarbeiter und Patienten traf. Eine Familie erzählte ihr, dass ihre Krankenschwester das führende Licht in den dunkelsten Tagen gewesen sei, indem sie unschätzbare emotionale Unterstützung geleistet habe. Die 1991 von Dame Felicity Dahl, der Witwe des Kinderbuchautors, gegründete Wohltätigkeitsorganisation stellt Fachkrankenschwestern zur Verfügung und betreut Jugendliche mit einigen der komplexesten Gesundheitsprobleme im Vereinigten Königreich. Die Königin wurde 2017 Schirmherrin und wird diese Rolle auch nach der jüngsten Überprüfung der königlichen Schirmherrschaft weiterhin wahrnehmen. Im Gespräch mit den Krankenschwestern im farbenfrohen Heilungsbereich des Krankenhauses sagte Camilla zu ihnen, vielen Dank für die wunderbare Arbeit, die sie leisten. Anschließend lernte sie Familien kennen, die von den spezialisierten Krankenschwestern von Rualdahl betreut wurden, und traf One-Show-Moderator Alex Jones, der den Besuch für die BBC-Sendung filmte. Die 32-jährige Shaheda, deren 16 Monate alte Tochter an Cerebralparese leidet, sagte der Königin, dass die Krankenschwestern unschätzbare Unterstützung leisteten, und offenbarte, dass sie Schwierigkeiten hatten, damit klarzukommen, bevor sie sich für die Wohltätigkeitsorganisation engagierten. Ihre Majestät sagte ihr, es muss einen großen Unterschied in ihrem Leben machen. Dann lächelte sie, als Shahedas ältere Tochter, 4, einen tadellosen Knicks machte. Shahedas antwortete dann, auf jeden Fall, ich schreibe den Krankenschwestern immer E-Mails und bitte um Rat. Sie antworten sehr schnell und es war einfach eine große Hilfe. Es ist Deilast, die von unseren Schultern fällt. Als Eltern haben wir viel zu bewältigen. Charlotte Deich, die Fachkrankenschwester für Neurologie, die sich um die Familie und 600 andere kümmert, erzählte dem königlichen Besucher, dass sie seit sieben Jahren in der Branche tätig sei. Die Königin witzelte als Antwort, du bist viel zu jung. Shahedas sagte danach, bevor wir die Krankenschwestern trafen, hatten wir große Probleme. Ihre Unterstützung war wunderbar. Meine Tochter denkt, sie sei selbst eine Prinzessin. So sehr hat es ihr gefallen, die Königin zu treffen, aber es ist bitter süß. Wir sind wirklich dankbar. Königin Kamilla bürgte sich dann, um die zweijährige Taimiya Amin zu sehen, die Palliativpflege erhält, und drehte sich um, um mit den Eltern Salah Hassan, 37, und Mutter Seam Amin, 34, zu sprechen. Sie zauberte ein Lächeln auf sich, indem sie ihren drei anderen Kindern, Heira Amin, 14, Sarah Amin, 10, und Ibrahim Amin, 8, die Hand schüttelte. Frau Amin sagte, ich habe Königin Kamilla erzählt, dass unsere Rualdal-Krankenschwester Holly in den dunkelsten Tagen das führende Licht war. Sie hat uns geholfen und wir hatten einige schwere Reisen und schwierige Zeiten. Manchmal ist emotionale Unterstützung alles, was sie brauchen. Herr Hassan sagte, die Anwesenheit von Königin Kamilla zeigt, dass ihr die Wohltätigkeitsorganisation und die Unterstützung der Schwachen wirklich am Herzen liegen. Der Besuch erfolgt, nachdem die Wohltätigkeitsorganisation nach der jüngsten Überprüfung erfahren hat, dass sie ihre königliche Schirmherrschaft beibehalten hat. Luise Grief, Geschäftsführerin von Rualdahls Marvelous Children's Charity, sagte, es bedeutet uns sehr, dass die Schirmherrschaft aufrecht erhalten wird. Punkt. Einen königlichen Gönner zu haben, verleiht uns einen Bekanntheitsgrad, den eine kleine Wohltätigkeitsorganisation nur sehr schwer erreichen kann. Königin Kamilla hat uns mehrere Jahre lang unterstützt und es war unglaublich. Sie hat eine große Leidenschaft für die Pflegekräfte von Rualdahl. Punkt. Die Wohltätigkeitsorganisation hat mittlerweile mehr als 150 Krankenschwestern in ganz Großbritannien, die mehr als 36. 0.000 Kindern helfen. Das Engagement und die Fachkompetenz der Pflegekräfte von Rualdahl reduzieren Wartezeiten, Besuche in der Notaufnahme und Krankenhauseinweisungen. Punkt. Sie sind auch eine lebenswichtige Lebensader für die ganze Familie, da sie die Pflege koordinieren und ein Höchstmaß an emotionaler Unterstützung bieten. Punkt. Jedes Jahr lädt die Königin Kinder und Krankenschwestern der Wohltätigkeitsorganisation nach Clarence House ein, um beim Schmücken des Weihnachtsbaums zu helfen. An anderer Stelle des Besuchs traf ihre Majestät Sanitäter der Londoner Air Ambulance, die im Royal London Hospital stationiert sind, und erklärte, ihre Arbeit sei sehr beeindruckend gewesen. In Bezug auf ihr Haus in Wiltshire sagte sie, ich bin die Patronin des Krankenwagens in Wiltshire. Wenn ich also die Hubschrauber zu Hause über mir fliegen sehe, stehe ich draußen und winke ihnen zu. Punkt. Jonathan Jenkins, Geschäftsführer der Londoner Air Ambulance, sagte, die Unterstützung von Königin Camilla bedeutet sehr viel. Es kommt bei der Öffentlichkeit, die uns als Wohltätigkeitsorganisation unterstützt, wirklich gut an. Es ist eine große Hilfe, eine so hochrangige Unterstützung zu haben.